Wir. Entschuldigung, hatte was am Hals. Ja du, wenn einer von uns hier oben ist, dann müssen alle hier oben sein. Ah, so verteidigst du dich. Ähm... Behalt sie. Äh, warte, 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 warte. Wie viele, äh, äh... Was müssen wir nochmal alles tun fürs SWAT? Das sieht nice aus, das behalte ich. Ähm... Ja, wenn wir einen großen umgelegt haben. Die Fragmente sammeln. Genau, wir müssen einmal die... Nee, die Story müssen wir einmal durchhauen und dann für die 20 kalzifizierte Fragmente. Ja, und danach noch ein bisschen PvP. Genau. Und ab zum Orbit. Ja, und dann müssen wir noch irgendwie das Legendary holen. Äh, das ist Exotische. Aber das können wir später machen. Ach stimmt, das PvP war beim Exotischen. Genau. Aber ich würde sagen... Da bin ich ja beim letzten Schritt, mir fehlt nur noch das, äh... Ich müsste eigentlich nur noch den Strike machen. Bei der Coole ist an der ganzen Geschichte, wir, ähm... Ran und ich haben schon das Exo-Schwert. Wir können dieses Mal gucken... Nö, du hast das Exo-Schwert. Ja, stimmt. Ich hab nur das Legendary. Aber jetzt können wir mal die andere... Äh, äh, Klasse nehmen. Kannst du sowieso. Wohin? Was würdest du denn nehmen? Das, äh, äh, Arcus oder das Leere? Du kannst alle nehmen. Ja, du, meine ich. Wohin, liebe Leute? Äh... Äh, wenn wir jetzt bei der Mission direkt weitermachen wollen, ist es bei der Erde unter... Also bei Höhle der Teufel ist eine Mission Cadence Versteck. Äh... Aber was ist das mit dem neuen... mit der neuen Fähigkeit? Nein. Nein. Also neue Fähigkeit, wie? Das ist Story. Wie? Die Fähigkeit bekomme ich auf der Venus zum Beispiel. Bei mir müsste es auf dem Mars sein. König der Besessenen. Ich da senke Venus, halte ihm. Wächst Ruinen auf der Venus. Ausschau nach Spuren von Cadence. Wir müssen ein Freund Einzelspieler. Griff. Ist nur ein Treffpunkt. Auf der Erde ist Story. Also ich hab sie auf der Venus. Gut. Dann treffen wir uns in 10 Minuten nochmal. Also wir... Wir bleiben alle auf dem PS. Oh ja, gut. Dann quatschen wir uns halt gegenseitig rein. Ja, kein Problem. Okay, wenn du sagst, das ist kein Problem. Von mir aus nicht. Ihr müsst einfach euch ein bisschen gedulden, weil ich werde sicher am längsten brauchen. Ich mach die Mission zum ersten Mal und werde mich dementsprechend auch umschauen. Ja, ich werde mich dann auch entsprechend ein bisschen mehr umschauen. Ja, halt rum zeigen, ne? Ja, halt rum zeigen, ne? Ja, halt rum zeigen, ne? Okay. Also Einsatztruppe verlösen. Ich starte. Äh, Truppenmitglied rauswerfen. Ich starte. Soll, super. Gut. Geh mal gerade raus. Alles klar. Buddy left your channel. Wo ist er jetzt hin? Aus dem TS raus, damit wir ihn nicht zuquatschen. Away vom Keyboard. Gute Idee eigentlich. User in your channel is recording. Was bedeutet es, ein Jäger zu sein? Ich sage, es geht alles darum, wohin du gehörst. Jäger gehören in die Wildnis. Da draußen bist du reden. Du schießt besser schnell oder hast ein scharfes Messer. Wir sind Einzelgänger. Doch das ist nicht der einzige Weg. Wir wissen, dass ein Einsatztrupp einen Unterschied macht. Manche von uns berührten die Leere. Sie wird ein Teil von uns. Und dann nennen wir uns... Nachtpirscher. Schlage aus den Schatten zu. Und fessle sie. Sie dürfen dich nie kommen sehen. Tavis ist unser erfahrenster Nachtpirscher. Wir können es uns nicht leisten, ihn zu verlieren. Und... Du weißt schon. Er ist ein alter Freund. Channel created. So. Ich hoffe, man... Man hört mich jetzt wieder. Oder, äh... Überhaupt. Ich war kurz... Einen temporären Channel im Taser stellen. Damit ich... Sichergestellt habe, dass man mich hören kann. Gut. Ähm... Also, wir haben die Filmsequenz ganz kurz angeschaut. Sehen hier, dass da was komisches passiert ist. Musik ist ganz schön bedrohlich. Laserstrahlen, ey. Wie die letztes Mal created? Gegner. Ich würde sagen, ich habe keine Zeit... Um hier alles zuzuschauen, anzusehen. Ich würde ein bisschen... Mehr Richtung... Ziel gehen. Der Bogen eines Nachtpirschers hinterlässt sehr präzise Narben. Faszinierend. Aha. Alles klar. Falls mich jemand hört... Ich glaube, ich bin nicht mehr auf Venus. Sieht mir sehr nach dem schwarzen Garten aus. Tevis... Bist du das? Kate... Gut, dass ich deinen Atem nicht richten kann. Hör zu, ich bin durchs Tor gegangen. Mein Geist befindet sich noch auf der anderen Seite. Na, er hat gute Laune. Schau, ob du seinen Geist finden kannst. Falls Service im Garten gefangen ist, braucht er deine Helfer. Ha, alles klar. Leider habe ich keine Sniper. Aber dafür kann ich anderweitig dienen, wenn ich irgendwie hier hochkomme. Jawoll, ich habe es geschafft. Gute Nacht zusammen. Oh yeah. Der war nice. Richtig nice. Huch. Was willst du denn? So. Ob die Waffe wieder unbrauchbar war? Weil die... Von wo? Oh. Gut. Hör mal auf, hier zu Snipern. Wir werden schön direkt da drauf gehen und sie weghäucheln. Alles Leben habe ich wieder. Kurz Deckung suchen. Jetzt seht ihr wie es aussieht, wenn ich alleine spiele. Ich bin eher so der defensivere Typ. Nicht der... Stürm los und hau drauf Typ. Oh, hi. Na, wenn der unbedingt will. Nicht, dass ich hier noch irgendwas übersehe. Das wäre schade. Hey Buddy. Nice, die neue Granate gefällt mir. Boah, jetzt. Der mit seinem blöden Schutzschild ey. Stirb halt. Hinter mir? Ne. Auf der Mini wird nichts angezeigt. So. Wieder ein Stieg eingeschränkt. Oh, hey Leute. Nachladen wäre nicht schlecht gewesen. Oh, verdammt. Verschwinde. Der will 33, Freunde. Was geht? Oh, da seid ihr. Na dann, viel Spaß. Na komm her. So. 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 interprete. Ach Menno. Leute was wollt ihr denn? Die nächste, bitte. Ich höre was von da. Ist die alle tot? Oh, hi Guckt er mit Granate, der Penner Ach, ich hab ja die Ulti Na dann Hi Leute Das war halt nicht nett Na komm schon Dirb endlich Na dann halt so Boah, Alter Das wird langsam knapp Das wird langsam knapp Das wird langsam Daneben Das wird langsam daneben, genau Taktikwechsel Komm her Minotaurus Alter, das gibt's doch nicht Hast du nun davon, Penner Oh du Arsch, komm her Du willst Nahkampf? Bitte sehr Da wird viel geschossen Bist du okay? Alles gut Ich weiß woher diese Übertragung stammt Von einem toten Geist Hoffentlich ist Tevis gesund und munter Oh, da ist er Der Arme Tevis Falls du uns hören kannst Wir bekommen Telemetrie Ausbringen Auf geht's Ja gut Los geht's Geilo Geilo Eigentlich hab ich mir mehr als 10 Kills Verdammte Scheiße Ich freu mich so Ich bin so stolz auf mich Mehr als 10 Kills Ja Jut Und jetzt? Ah, es geht weiter von alleine. Hüther, ich hab versucht, Tebbis zu erreichen, doch er antwortet nicht. Entweder hat er alle Hände voll zu tun oder... Der Typ schuldet mir noch eine Menge Glimmer. Deswegen, ähm... Überlebt er besser. Lebendig oder was auch immer. Wir müssen Tebbis finden. Es gibt nicht viele Nachtpirscher. Wir können es uns also nicht leisten, seine Verbindung mit der Leere an die Vex zu verlieren. Finde ihn. Hm. Tebbis ist ein Betrüger und ein Lügner. Und er stinkt wie ein Fass voller Leibeigenen-Schmucke. Aber er ist unser Betrüger. Die Vex dürfen ihn nicht in die Hände bekommen. Na dann, kümmern wir uns drum. Du elender Arsch! So, jetzt wird richtig abgehört mit dem Ding hier. So, jetzt wird's nicht verarschen. Von überall? Wow! Du Arsch! Komm her! Komm her! Schieß! Schieß! Ah, schade. Genau jetzt, weil ich den Stunt hinlegen will. Oh, da ist ja noch einer. Mann! 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 Bleib stehen! So! Da haben wir hier oben was? Ach komm. Ist wahrscheinlich wieder so ein Orgendes Gebiet. Verliebte Season Kills auf den Bauch schießen. Das weiß ich noch. Und wenn die... Wow! Wollten die mich angreifen? Frontal. Diese Penner. Nicht mit mir. So. Noch vier Schussbatter. Kurz nachladen. Oh, hi. Dann geht's hier weiter. Wo sind die nächsten? Oh, wow, 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 wow. Ey, Junge. Nein, nein, nicht so. Nicht so. Nein, nein, hör auf. Ha. Na, komm schon. Lad nach, lad nach, lad. Oh. Jetzt wird's mir... Du willst auch noch mal? Komm her. Ja. Talvis gibt es nicht mehr. Doch das Licht in seinem Bogen strahlt hell. Leuchtet nicht ewig. Nimm ihn an dich. Was war das? Weißt du, ich war dabei, als er zum ersten Mal diesen Bogen aufgehoben hat. Hast du wieder... Neuer Fokus auf der Röse. Der neue Fokus und deinen... Wir machen es. Mach sie fertig, Hüter. Sie müssen bezahlen. Wollt ihr herkommen? Hab ich unendlich? Ach du Scheiße. Das lädt ja richtig ultraschnell nach. Und jeder Schuss ist dann... Direkt... Oh. Jeder Schuss ist ein direkter Hit? Ihr bleibt schön hier. Na, komm, 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 komm. Na, komm, na, komm. Hallo, Leute. Hallo. Alter, ist das geil. Nochmal. Und gleich noch eine Granate hinterher. Na, komm, schon laden nach, laden nach. Der hat noch nicht gewinnen. Nochmal. Alter, wie ist das geil. Oh, das ist nicht so geil. Ah, ihr seid es. Kommt hier. Hier seid ihr jetzt. Hau rein, Junge. Ich bin hier. Oh nein. Hau rein. Hallöchen. Wieso? Habe ich nicht alle erwischt. Boah, meine Fresse. Boah, meine Fresse. Das gibt's nicht. Ich bin hier. Weißt du, ich war dabei, als er zum ersten Mal diesen Bogen aufgehoben hat. Hast du ihn? Wir machen es. Mach sie fertig, Hüter. Sie müssen bezahlen. Alles klar, diesmal kein Herungespieler. Randama, Helmi. Sorry, falls ihr jetzt auf mich warten müsst. Ich bin hier. Attacke! Nein! Die drehen ja völlig am Rad! Fuck! Alter! Konstant auf Minimum mit dem Leben, ey! Boah! Verpiss dich! Meine Fresse! Du, der Palt! Alter, ich kann nicht mehr hauen! Nichts mach ich! Wow! Party-Reaktion! Erstmal komm zurück zum Leben! Komm wieder! W-w-w-w-wachen! Wow! Das war dumm! Scheiße! Weg hier! Erstmal kurz! Taktischer Rückzug! Okay! Schlechte Idee! Nachladen! 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 Na! Willst du? Hier! Bitte sehr! Extra fertig abgehoben! Okay! Frontal kann ich hier nicht rein! Das ist schonmal gewiss! Boah! Woah! Du Arschloch! Dieses Postel! Genau! Woah! Was?! Woah! Woah! Was ist hier für dich? Die Vorhut immer noch die Nacht. Komm zurück. Okay, grün, glaube ich, wie es aussieht genug. Noch ganz kurz hier rein. Ich will schauen, was es hier gibt. Bitte. 3, 2, 1. Okay. Wow. Puh. Das war anstrengend. User in your channel is recording. Ah, da ist auch Nummer 3. Sorry, ich bin kurzzeitig einmal aus Versehen gestorben. Ich bin zurückgesprungen und dann runter von der Plattform. Oh, jetzt habe ich schon fast die Granate voll. Meine Fähigkeit ist ja der Oberhammer. Ja, frag mal mich. Meine Fähigkeit ist wirklich der Oberhammer. Der Hammer von Sol. Gut. Du kannst nicht sehen, wie du meine hast. Einfach Start drücken und mit der Maus sogar sehen drüber fahren. Bei mir heißt es beispielsweise Sturmbeschwörer. Ja, bei mir ist der Sonnenbezwinger. Aber meine Ulti heißt Hammer von Sol. Oder Sol. Zieh aus der Leere. Leuchte den Weg. Nachtpirscher. Jägerfokus. Wo steht denn das? Wenn du Start drückst. Einfach mit der Maus über die Fähigkeit, über die Neue. Genau. Dann Dreieck. Dann Dreieck. Und dann beim dritten blauen Kreis. Wie heißt das? Ach so. Schattenschuss. Bei mir heißt es Sturmtrance. Binde deine Feinde an einen leeren Anker. An einen leeren Anker. Um sie für dich und deine Verbünden zu verlangsamen, zu schwächen und zu unterdrücken. Wenn jeder, der an diesem Bann gefangen ist, der wird, der, jeder Hit ist dann sozusagen kritischer Hit. Ja, das ist sehr miese. Wenn man irgendwie PvP ist und irgendwer wird vor einem von so einem Scheißteil abgeballert. Dann hängst du da drin. Und dann kommst du nicht mehr raus. So, Helmy, kommst du dazu? Nö. Wollte gerade sagen, dann fliegen wir ohne Helmy weiter. Gut, ich muss noch ganz hier. Ganz kurz Handfeuerwaffe. Oder 39, 160. Neu Schuss. Wow, hab ich euch überholt? Tatsache. Was hast du?